ja hallo und herzlich willkommen zurück bei star wars the old republic ja ja hallo und willkommen zurück wir sind nur noch zu zweieinhalb der black also ich und der du und der phoenix leider nur im ts weil er aus irgendeinem grund wurde nicht mit in die gruppe geladen und das hat nicht richtig funktioniert immerhin habe ich jetzt fertig gepatcht und bin im spiel ja ist ja schon mal was wert immer weiter hat das halt nicht ins schlachtfeld mit reingeschafft in die novare küste ich bin trotzdem weiterhin gelistet also ich bin immer noch gelistet ich habe nur keine anfrage gekriegt merkwürdig bei mir stand halt auch oben hier du hast fenix hat die spielliste verlassen ja da steht bei mir auch durch die spiele zu verlassen aber ich bin trotzdem noch gelistet ich habe nicht nur gelistet und da steht das symbol blinkt immer noch wer weiß im moment warst du dann ja auf jeden fall nicht mehr mit uns gelistet halt ne das ist möglich naja jetzt ist egal genau jetzt ist egal wir haben natürlich mal wieder unsere pvp hier man muss man man muss dazu sagen es dauert auf jeden fall in letzter zeit ziemlich lange deswegen müssen wir uns da mal was überlegen wenn es dann wirklich sich immer noch weiter hinzieht dass man dann vielleicht wirklich zwischendurch halt immer mal wieder bisschen pvp machen wenn es sich halt gerade ergibt wir haben am anfang gemacht haben genau richtig weil wir haben jetzt gerade mal circa neun minuten oder so darauf gewartet dass man dass wir da irgendwie ein entweder halt rein bekommen haben wir sind halt auf dem pvp server da ist nicht ganz so viel los wie auf t3 m4 also wer gerne durch solche pvp macht sollte sich auf t3 m4 er anmelden da geht es dann ein bisschen eher los richtig aber wir waren bei mir verschwunden auf einmal richtig geiler grafik back richtig nice so hier gehen wir hier auf den hier auf den den entierungen ich auch den erl genau oder kassiert ja ganz gut hier wurden an wir auch ich bin ich habe auch gut passiert wo ich bin schon gut ich bin schon weg lalala da war ich schon wieder weg auch verdammt ich dachte ich komme aus ich habe auch noch verteidigt also gut es geht nur meine frage aus interesse das lesen was ich gerade geschrieben ich glaube nicht also ich lese nix 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 auch wenn ich ein bisschen weiter hoch scroll da ist nichts zu sehen nichts und mich hat wieder stark so was vielleicht sollten wir uns mal einen anderen versuchen zu vorzuknöpfen weil da stehen ja wirklich ein haufen ja ja ich gehe mal runter links also genau sobald ich herauskomme gehe ich da ähnlich mit hin oder sind sie noch ziemlich viele noch dazu sagen ja na gut habe ich so gefühl dass ich das mit mir dann startet vor zwei sekunden vor schluss leute seid ihr denn bei euch in der gruppe voll haben eure sind eure gegner spielte oder spielte gegen imperialer oder gegen habe ich jetzt gerade nicht geguckt müssen reale sein ja gut da hinten das ist schon unseres da brauchen wir nicht das ist schon unseres ja ich weiß aber wenn ich dort alleine jetzt hingehe da war halt hat sich einem unsichtbar gemacht gerade und ich will auch hingehen also kommen mit warte mal ich will noch gucken ob hier oben einer steht ich dass wir das auch noch verlieren ohne hier guck mal hier unten da ist schon beschäftigt nix da nix da jetzt dir gedacht was wir verlieren wieder hier irgendwie mag ich das nicht weil weil du keine ahnung bekommt ja nicht mal punkte oder so wenn du nicht zwei geschütze hast irgendwie ist das ziemlich scheiße ja wie gesagt ich dachte immer das wäre anders zumindest kam es mir auch schon mal anders vor kann also guck mal hier da 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 ja da wird in einem blog blieb lieb 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 ab da ich habe noch nicht so jetzt heute rein da genau mitten durch statt vorbei das holen wir uns jetzt hier dann bastel ich noch ein bisschen weiter an meinem krupp der zeit einer für alle ihr haut alle auf die wesley snipes haben wir gerade um das gibt es doch gar nicht also meine fresse hier sind so viele noch hier sind vier was ist das denn macht mich richtig nicht doch okay schön wie ihr sterbt ja das können wir gut hier sind voll die draufgänger die regel schleicht sich schon wieder an das sind zwei aber schon wieder weg ist also ich konnte bisschen drehen das sind damit aber nur minimal nur minimal also wir müssen jetzt mal aufpassen weil der art ok das sind wieder zwei nicht dass wir das letzte geschützt noch verlieren das sind aber auch wir sind jetzt in der mitte 3 sind in der mitte hier halbwegs kann aber auch nicht viel machen ich meine das sind drei ich meine ja 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 ich muss jetzt mal miteinander wieder jetzt haben sie mich entdeckt es ist dass wir kriegen aber auch wirklich nur die retarded mitspieler echte oh der hat aber schnell ja nicht wirklich kündig penetriert ja ja komm schon doch den hammer wenigstens etwas bist du denn jetzt überhaupt ich habe auch erst mal unsere zweiter geschützt oder einstieg ist geschützt verteidigt ich gehe jetzt wieder in richtung mitte wenigstens von uns ist auch einer unschlagbahn ist ja auch schon mal erfährt ja ich weiß dass ich mir schlagbar bin ne du doch nicht bis quit oh hier ist aber auch wieder voll fünf mann ok gut ich konnte mich nie mal wieder drehen aber nicht viel sowas aber auch immer ein betrieb hier ja willst du jetzt in der mitte oder was hier nee ich komme jetzt wieder zu dir denke ich ja du bist die ganze zeit bist du woanders ja da kann ich auch nicht dafür ich muss ja muss ja auch mal verteidigen da ist die lani ja da bin ich auch typischen hochzeilen ich mache gerade selbst prüfen ach so dann kann ich weiter machen jetzt kann man drauf kommen 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 wir gleich auf den ersten hier abgehauen oder hat sich umsichtbar noch gemacht hier oben kann man auch noch weiter okay wo ich jetzt ja auch schon wieder drei aber eine ist fast weg ja dahin da was leh auf dem wesley snipes ja wesley ist weg oder sind doch zwei drinnen und die kloppen aber auch mich hat dann die drei geschütze die ist da eigentlich nicht mehr verteidige weil du unbedingt wollte dass ich zu dir kommt du bist schuld es ist auch hier sind unschlagbar kann ja nicht sein wenn verbindete unschlagbar sind warum verlieren wir dann jetzt auch schon wieder da leute hier ziehe ich mich zurück das bringt es nicht eigentlich sowieso schon verloren wir sind auch hier hallo jetzt sind wir drei wir drei von euch ruf gegen ende geschenkt haben welche denn dorn ansteck nadel ja warum nicht da unten geht aber auch wieder ich will raus lass mich raus dankeschön auch schon wieder drei genau die zahl zerlegen mich ne meinst du da bei uns welche afk oder was machen die alle ich denke nicht dass da irgendjemand da haben sie verloren naja ich denke nicht dass da jemand afk war sind mal gewinnt man mal verliert man klar wir haben diesmal haushoch verloren aber das haben wir auch schon haushoch gewonnen so na gut kriegst mal kriegst mal den punkt bin ja gar nicht so und dann würde ich auch kriegsgebiet verlassen und wir sehen uns beim nächsten mal wieder genau ich würde eine kurze folge aber nicht bis zum nächsten mal tschüss